Im Oktober 1939 wurden wieder 7. Panzerdivisien unterteilt, welche in Polen stationiert war. Hier waren Übungen an der Tagesordnung, den Neu-Soldat in unseren Reihen nennt man Gera Hennemann. Zum Anfang des Monatsmahl rückten wir zu den Grenzen der Benelux-Länder vor. Finale Vorbereitungen wurden getätigt. Kommandanten und Generäle inspizierten ihre Truppen. Die Invasion des Westens begann am 10. Mai 1940 mit dem Start der Luftwaffe, strategische Objekte zu zerstören. Die Abenteuerung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder ein Abschuss für uns! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh! Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum bewegen. Auf geht's Männer! Das Gebiet muss genommen werden! Weiter Marsch! Beschützte Panzer! Halt! Halt die Waffe weg! Gebt mir Deckung! Ich lade nach! Die Hälfte der Stadt gehörte uns. Wir nahmen Dutzende Franzosen gefangen, welche in unsere Gefangenlager kamen. Während der Kämpfe bauten die Franzosen mehrere defensive Positionen in der Nähe der Stadt und bekamen Verstärkung, inklusive Kanonen, und besetzten die Höhe bei der Stadt. Die Franzosen sprengten eine Brücke, sodass unsere Ingenieure eine neue bauen mussten. Halt diese Stellung! Stand voll von rechts! Stand voll von links! Stand voll von links! Stand voll von links! Ja. Schieber! 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 Ein afjenige. ARD Text im Auftrag von Funk Bleibt beim Panzer, beim Panzer bleiben! Geht, 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 geht! Wirkungstreffer! Barser, geht, geht! 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 Am Anfang war es Schütze Hans Vogel, der leicht verwundet war und einen Arzt brauchte. Schütze Otto Schneider wurde kurz nach der Verwundung von Hans Vogel getötet. Er war auf der Stelle tot. Als nächstes wurde unser Neuling, Schütze Gera Hennemann, durch einen Schuss in den Bauch schwer verwundet. Und der letzte Gefallene ist Schütze Emil Strauss, der von einem französischen Maschinenpistole-Schützen getötet wurde. Im zweiten Zug sind folgende Personen gefallen, Schütze Achim Wolf und Schütze Wilhelm Schwan. Leider kann ich mich nicht mehr an die Namen der gefallenen Panzerfahrer und Ingenieure erinnern. Geht. 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 Vielen Dank.